Ihr erinnert euch an diese Stelle aus dem alten Spiel? Man weiß es nicht, ob ihr euch daran erinnert. Und wenn ihr das natürlich geguckt habt bei mir, dann könnt ihr euch nicht daran erinnern. Zack! Hier ist noch ein Geheimnis und da stand immer Quack, der Bruchpilot, mit dem man sich zurück in die Main Base, also zurück zum Anfang, nicht zum Anfang des Levels, sondern zurück zum Hauptfeld, porten konnte. Wenn man keine Lust mehr hatte oder wenn man einfach dann da weitermachen wollte, das war dann wie so ein Safe-Spot und sowas in der Richtung. So, ähm, ich verkacke das hier jedes Mal. Diesmal versuche ich es richtig zu machen. Aua. Jedes Mal. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie das geht. Bam! Da sind die Insulana. Zack, zack. Aua. Und wir müssen natürlich da oben hin. Das habe ich im alten leider auch nicht gefunden. Auch wenn es natürlich genauso da ist wie hier. Zack, 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 zack. Jede Menge Geschenke und da ist auch Frieda. Wie kommt die eigentlich hier hin? Frau Spickley, was machst du hier? Warum, ich sehe, dass du ein properer Mehl bekommst, Herr McDuck. Marble, als usual, Frau Spickley. Du weißt, Herr McDuck, diese gigante stone Obeliske machen würden wundervolle Souvenirs für die Mädchen. Ach, wirklich? Wie die mitten in diesen Tempel gekommen ist? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen, wie die hier hingekommen ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie irgendeinen geheimen Weg gefunden. Und boah, war der schlecht jetzt. Sack. Na komm. Ach, die Musik ist so schön. Ach, Mist, nicht getroffen. Und zack, der nächste. Und noch einer. Die haben Insulana. Die können eigentlich auch nichts dafür. Ach, sieh mal leider an. Das war mir nämlich... Das habe ich noch nicht gehabt vorher. Vielleicht war die Eile kaputt. Nee, nee. Das war neu. Seht ihr, ich kann ja auch nicht alles wissen. Ich finde ja auch immer wieder in diesem Spiel immer noch so die ein oder andere Neuerung, die es entweder vorher nicht gab oder die ich einfach nur nicht gefunden habe, bisher. Weil das gerade gab es erstens im alten Teil nicht. Und zweitens verzog sich das... Das gerade war natürlich, ähm... Das ist die Stadt, wo man normalerweise 300.000 bezahlen musste. Hier natürlich nicht mehr. So, jetzt kommt der interessante Teil. Die ich stelle es nämlich voll für den Arsch. Ich hasse sie. Aber man immer einen abkriegt. Und den ich jedes Mal da rein, aus Versehen. Komm schon. Ah, da kommt er ja drin. Schlimm, ey. Das ist echt nicht mehr feilig. So. Hier, hier. Die hier ist ganz schön aggro. Da wollen wir natürlich nicht rein. Jetzt müssen wir an den Schlangen vorbei. Zack. So. Zack. Und jetzt müssten wir, glaube ich, so langsam... Ja, müssten wir. Hier machen wir natürlich nicht so. Ach, kacke. Mal richtig schön dagegen den Halbz. Au. Ich wollte doch nur das Ding haben. Ich habe nicht mehr gegründet, mein Ding. Huch. Okay. Hier natürlich die Abkürzung. Also nicht die Abkürzung, sondern die... Ne? So. Und noch ein höher. Zack. Und hoch. Und hoch. Und hier nochmal. Ach so. Das ist der King's Sektor. Oh ja, da ist es. Well, ha 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 ha. Oh, das war leichter, als ein Pfarrer in einem Parkplatz zu finden. Oh, oh, was ist das? Oh, oh, was ist das? Oh, oh, was ist das? Was war das? Allerdings irgendwie anders. Oder? Denn jetzt kommt nämlich einfach mal das hier. Die mich nämlich hier mal richtig schön zettquetschen wollen. Das ist nämlich nicht so nett. Oh, 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 oh. Vor allem das ist auch nicht immer das Gleiche, sondern das ist alles so richtig schön random mäßig. Wann welche Dinger, wo, wie rauskommen. So, und auf den Kopf. Jedes Mal geht das Ding ein bisschen mehr kaputt. Das ist ziemlich cool eigentlich. Sieht ziemlich geil aus. Finde ich. Ach, Mist. Das war nicht gut. So, wieder zurück. Für die von unten. Die. Schnell da hoch. Und die. Schon wieder von der Seite. Oh, noch mal von unten. Oh, um Gottes Willen. So, jetzt kommt der Kopf wieder. Wow. Au. Das war richtig mies. Das war ja richtig gemein. Hatsack. Jawoll. Jawoll. Bass. Eigentlich waren es nur dreimal. Ich bin mir aber nicht sicher, aber das wird hier immer schneller alles. Okay. Das sind die. Noch mal die hier. Äh, jetzt die. Oh, ich bin das will. Und dann von oben. Okay. Manchmal bleibt auch nur der in der Mitte frei. Das ist nämlich auch fies. Sack. Moin ich da machen? Ich weiß halt gar nicht mehr. Ah, hilf. Nein. Ach, kacke. Ich verliere hier noch. Ah, sauber. Ich hab ihn. Oh, oh. Das fühlte ich hier mal nicht gut an. Mein ganzes Gamepad vibriert hier wie blöde. Hör auf, Herr McTee. Das ist ein Ort. Das ist ein Ort. Nein. Ich bin nicht ohne dieses Scepter. Äh, vielleicht doch. Vielleicht gehst du doch besser. Geh uns raus, Launchpad. Ja, hab ich doch gesagt. Ich kann mich nicht glauben, wir sind all diese Weg für nichts gekommen. Verdammt. Müssen wir nochmal machen? Was ist das Sinn? Wir haben uns mit Sperren beworfen hier. Wir haben uns mit Sperren beworfen hier. Machen wir doch glatt. Boah, die haben uns verarscht. Die haben uns verarscht. Habt ihr das gehört? Gibt's doch nicht. Die haben uns voll veräppelt. So, was haben wir denn alles gefunden? 15 davon, 27 davon und ganze 20 von den fetten Rubinen und natürlich das Scepter des Inka-Königs für eine Million extra Cash. So, dass wir jetzt fast 2,5 Millionen auf unserem Konto verbuchen können. Der Scepter des Inka-Königs. Ich sage euch, Leute, es gibt etwas Besonderes über dieses Geschenk. Wirklich, Uncle Scrooge? Ja, es sieht nur so aus wie ein altes Backschratcher zu uns. Sag mal. Die Kinder brauchen etwas Besonderes für die größten Dinge in der Welt. Jetzt, wenn du fertig bist, du hast nicht Spaß mit deinem alten Onkels-Expenst. Hilf mir, zu entscheiden, wo wir weitergehen sollten. Erstmal springen wir jetzt in den Geldspeicher. Und, yay. Klatsch und dahin liegt es. Wir sind jetzt ganz viel Edelsteine und natürlich das Scepter des Inka-Königs. Mehr aber auch nicht. Also, das ist doch alles, was jetzt anders ist. Ich wollte es nur mal gezeigt haben. Ich finde es einfach so toll mit dem... Mit dem Geldspeicher. So, wir können natürlich weiter jetzt mit unserem ganzen Geld. Man kann mit dem Geld nur diese Dinger hier kaufen. Sonst kann man mit dem Geld überhaupt nichts machen. Was wir jetzt auch prompt tun werden. So viel wie geht. Die werden nämlich immer teurer. Ach, wir kaufen der Reihenfolge nach. Ist ja egal. Ich hätte jetzt auch mal irgendwie Jährchen schon vorher kaufen können. 500.000 für den. Und die kostet wieder 83. So, was haben wir denn jetzt hier? Ach, die Hallen von Transylvanien. Sehr schön. Das ist auch cool, diese... Ist auch geil. Aha. Ist der Keller unten in Transylvanien? Also die Dungeons auch geil. Gibt es überhaupt nicht? Ah, die Minenstrecke. Sehr geil. Neue Minen-Card. Das Hall-Level habe ich schon mal gemacht. Das ist richtig cool geworden. Ach, und die in der Mine selber. Ist das das Minen-Level dann? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist der Himalaya. Genau, die Eisdinger. Und ach, guck mal, da ist schon... Das geht schon langsam los mit dem Mond. Und der... Dem UFO. Das ist auch ein geiles Bild. Oh, und weiter komme ich nicht. Schau. Hier sind noch fünf Stück. Die muss ich dann auch mal bei Gelegenheit kaufen. Und dann... Ach, guck mal, ich kann schon... Ich kann die Skizzen schon. Ach, Mist. Doch, 150.000 habe ich. Total cool. Bleistiftzeichnung, Pythagorn-Bilder, Musik und TV-Illustration. Ah, ja. Very interesting. Very, very interesting. So, was gibt es zu tun? Amazonas ist natürlich jetzt in violett. Denn wir haben ihn bereits abgeschlossen. Und müssen jetzt nach Trondheim reisen. Was wir auch gleich tun werden. Ich mache nochmal ein ganzes Glitzglanzkreuzchen, weil ich einen Schluck trinken muss. Und wir sehen, hören, schreiben, lesen uns. Ich gucke mal eben, wo es nicht so auffällt, dass ich einen Cut gemacht habe. Höö. Am besten einfach hier. Denn hier passiert nichts. So. Ich sage, bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. Und es geht natürlich direkt weiter mit dem... Mit Transylvanien geht es weiter. Was wir auch prompt noch machen werden. Ich gucke mal, ob ich vielleicht heute sogar alles fertig kriege. Ich habe da ein bisschen Zeit. Ich bin gespannt. Ach, guck mal, Kiki ist auch dabei. Mit allemann sind wir hier in Transylvanien. Einfach mal so. Ach, wie geil das aussieht. Toll. Das ist es, Kinder. Draculistische Manor. Hause des legendären Drake von Vladstone. Heir zu der Coin of the Lost Realm. Boy, es ist ziemlich creepy hier, ist es? Nein. Ach, Uncle Scrooge. Wir werden nicht in den ganzen Haus zu Hause kommen, sind wir? Natürlich nicht, Louis. Das Haus hat sich verabundetet für Jahre. Hey, look at das. Der Junior Woodchuck Guidebook sagt, Drake von Vladstone war best known by his nickname, Count Dracula Duck. Is there really a monster in there, Uncle Scrooge? Ah, don't be silly, Webby. Yeah, there's no such thing as Dracula. Right! Ja, sie sind die Kie. He is right, isn't he, Uncle Scrooge? Ah, of course he is, Louis. Vampires, Banshees, and mischievous spirits are just a lot of superstitious hocus-pocus. Hocus-pocus. But you better stick close to me, just in case. Just in case. Gut, dass mir jetzt erst auffällt, dass die Niki heißt, und ich seit jetzt quasi allen Folgen plus dem Classic einfach mal immer Kiki gesagt habe. Kiki ist natürlich die aus Dark Queen Duck und nicht aus DuckTales. Ich bin auch ein Vollhorst. Manchmal bin ich auch echt ein Idiot. Warum sagt mir das denn keiner, ey? Steht er auch gar nicht in den Kiki. Nein, ihr bleibt hier. I'll be back with the coin before you can say E-Purple-Bus-Hu-Um. E-Purple-Bus-Hu-Um? Yeah, I'm not sure that's as fast as you think it is. Besides, why should we have to stay here just because Webby's a big chicken? Yeah! We're not afraid of... or whatever's hiding out there, are we? You boys are so mean. I'll show you who's not afraid of the dark. Webby! Webby! Oh, no! Huey! Dewey! Louie! Will they be all right, Uncle Scrooge? Of course. Everything will be fine, my darling. Wait here and I'll be back with the lads slickety-split. Slickety-split. you see your fate in the klubedra blockchain, go away. Twitter-split. See your fate,